Ein hervorragender Horror-Comic, den ich leider nicht empfehlen kann. Hallo meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte und herzlich willkommen zu meiner Kurzkritik von Witches, Volume 1. Da geht es, genau das, was da drauf steht, um Hexen. Und zwar in einer kleinen Stadt leben ein paar Hexen, die irgendwie Menschenopfer brauchen, die sie in den Wäldern verborgen haben und vor allem Kinder gerne geopfert haben möchten, um sie zu fressen. Und die Wohner der kleinen Stadt unterstützen sie dabei und versuchen neue Opfer zu finden. Und ein Vater möchte aber seine Tochter retten aus den Fängern dieser Hexe und legt sich damit eben auch mit der Dorfbevölkerung an. Gleichzeitig sind auch immer so Themen von psychischer Erkrankung mit drin verarbeitet. Was ist real, was ist nicht real, was bildet sich der Vater nur ein. Das Ganze ist sehr brutal und düster. Ihr seht, dieser Zeichenstil, der hat so etwas leicht Verwaschenes. Da sind immer noch andere Farbschema drübergelegt. Das gefällt mir ganz gut, weil es dieses Surreale betont. Und also an sich ein hervorragender Comic, genauso wie ich meine Horrorcomics mag. Düster, hart, trotzdem kann ich nicht empfehlen, denn es ist Band 1. Er endet unglaublich spannend, aber es gibt kein Band 2 mehr. Die Reihe ist nicht fortgesetzt worden. Sie hängt zwar ein bisschen in der Luft, es ist unglaublich, dass jemand eine Fortsetzung geben wird. Ich hoffe zwar schon, aber ich kann es einfach nicht guten Gewissens empfehlen, weil wenn ihr das gelesen habt in den ersten Band, wollt ihr unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und es geht halt nicht weiter. Das ist sehr schade. Falls ihr damit aber leben könnt, dann ist Witches eine ganz klare Empfehlung. Für mich eine Horror-Kleinperle. Das Wort gibt es nicht, habe ich gerade erfunden.